Wenn es ein Finale wäre und einen Pokal nach dem Spiel geben würde, könnte man vielleicht über eine Revanche reden, aber die Emotionen sind komplett anders als damals im Finale. Deswegen würde ich das nicht vergleichen, ob man da Bilder jetzt vor den Augen hat. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nachdenke, bin ich nicht mit diesen Emotionen hier hingekommen, weil es eine komplett andere Ausgangslage ist. Ich glaube auch nicht, dass man in solchem Spiel von irgendeiner, weil es ja auch immer so ein Lieblingsthema, von Rache sprechen kann. Das ist etwas komplett Verschiedenes. Ich glaube natürlich, am Ende hat sich jetzt Real Madrid in der Kaderaufstellung jetzt nicht groß verändert. Klar, Kian Mbappé ist dazugekommen, aber ich glaube, aus dem Spiel kann man sicherlich ein paar Sachen mitnehmen. Aber ich finde, Vergangenes sollte auch vergangen bleiben. Wir haben eine neue Situation diese Saison, wir haben jetzt auch eine andere Ausgangslage, weil es kein Finale ist, sondern halt doch eine Gruppenphase. Ja, wir sind gut eingestellt, unabhängig jetzt von dem Spiel im Juni dementsprechend. Wie gesagt, ich mache mir da keine Gedanken. Ich habe da Vertrauen in die Jungs und in unseren Coach und der Rest wird kommen.